Nelson Dale Hardleben ist ein US-amerikanischer Schauspieler und Filmproduzent. Für seinen Dokumentarfilm Schussfahrt vom Mount Everest erhielt er 1976 einen Oscar für den besten Dokumentarfilm, Leben. Dale Hardleben spielte in den Jahren von 1951 bis 1955 als Kind in mehreren Kinofilmen mit. Im Jahr 1975 produzierte er den Dokumentarfilm Schussfahrt vom Mount Everest über die Abfahrt des Japaners Yui Hiromiura 1970 vom Mount Everest mit. Schieren Filmografie 1951 Inside Straight 1954 Ihre Zwölf Männer 1955 Maler und Mädchen 1955 Maler und Mädchen 1955 Spin and Matty – The Movie 1955 Zur Hölle und Zurück 1975 Schussfahrt vom Mount Everest Stast Prost